Ihr möchtet eure Klinke-Lautsprecher zu einem Internetradio aufrüsten, dann ist das genau das richtige Video für euch. Ich erkläre euch kurz, was mein Problem ist und wie ich das Ganze lösen will. Ich habe eine alte Technics-Stereoanlage, also Stereoanlage ist jetzt falsch, das waren ja früher immer so drei Decks, CD-Deck und Kassettendeck. Ich habe nun noch den Receiver übrig und der tut auch noch wunderbar seinen Dienst. Den kann ich per Klinke anschließen und der hat verschiedene Ein- und Ausgänge. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass der halt nur UKW-Radio mit so einer Wurfantenne empfangen kann. Natürlich würde das auch mit einer Dachantenne gehen, ich wohne aber in einer Mietzwohnung, also kommt das nicht in Frage für mich. Macht auch wenig Sinn, denn die Qualität über Internetradio ist ohnehin viel besser und störungsfreier, als nochmal über Funk das Ganze laufen zu lassen. Und natürlich hätte ich das Gänse gerne per App gesteuert. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video. Das heißt, als Voraussetzung braucht ihr also nur einen Lautsprecher, der per Klinke angeschlossen werden kann. So ist es ja auch bei mir mit meiner alten Stereoanlage und dann können wir hier mit diesem Tutorial schon loslegen. So, was für Hardware brauchen wir für den ganzen Spaß? Was ihr ja schon habt, ist wahrscheinlich euer Lautsprecher, den ihr jetzt als Internetradio benutzen möchtet. Zusätzlich zu dem Ganzen braucht man einen Raspberry Pi. Ich würde empfehlen, ab Raspberry Pi 2 damit anzufangen. Raspberry Pi 1 ist ja zu schwach, prüstig bei der Hardware für die neuen Kodi-Versionen. Damit der Raspberry Pi betrieben werden kann, braucht ihr eine Micro-SD-Karte und ein Netzteil. Beim Netzteil reicht eventuell ein ausrangiertes Handyladekabel. Das hängt davon ab, welche Version vom Raspberry Pi ihr benutzt. Schaut euch da mal die genauen Spezifikationen an, wie viel Power die brauchen. Optional kann man noch ein Gehäuse um den Raspberry Pi machen. Man kann einen USB-WLAN-Adapter benutzen. Das wird dann zum Beispiel interessant, wenn man den Raspberry Pi 2, so wie ich, benutzt. Der hat nämlich kein integriertes WLAN-Modul und freut sich deshalb über eine USB-WLAN-Karte. Wenn ihr aber das an das LAN-Kabel anschließen könnt, braucht ihr das Ganze nicht. Und wenn ihr einen Raspberry Pi 3 oder 4 habt, dann habt ihr sowieso schon eine WLAN-Karte mitgeliefert. Und natürlich brauchen wir noch die bereits angesprochenen Lautsprecher, die wir eben über Klinker ansteuern können. So, der Raspberry Pi hat einen eingebauten Klinkeranschluss. Den kann man benutzen, der ist aber nicht besonders gut. Ich würde euch empfehlen, eine USB-Soundkarte noch mal zu benutzen. Da gibt es gute und günstige, zum Beispiel von Terratec oder Creative. Damit ihr euch das Ganze jetzt nicht merken müsst, habe ich natürlich meine Amazon-Affiliate-Links genau zu den Produkten einmal in die Videobeschreibung gepackt. Beziehungsweise noch mal auf meinem Blog verlinkt. Da bekommt ihr quasi die ganze Einkaufsliste noch einmal zusammen. Für mich ist jetzt das Projekt ganz praktisch, denn ich habe den Raspberry Pi 2 sowieso übrig. Die ganzen Anschlussteile habe ich schon. Also für mich sind das jetzt alles Sachen, die ich eh schon habe. Ja, weil ich jetzt auch nichts anderes weiß, mit dem Raspberry Pi 2 anzufangen, mache ich da mal ein Internetradio draus. Das Ganze wird auf Kodi basieren. Kodi ist eigentlich eine Mediacenter-Software und die will man normalerweise zum Beispiel am TV sehen. Also die wird normalerweise mit HDMI angeschlossen an den Fernseher. Wir machen das Ganze jetzt aber so, dass wir das quasi nicht an den Fernseher anschließen, beziehungsweise vielleicht mal kurz zum Konfigurieren per HDMI anschließen müssen. Aber dann können wir HDMI entfernen und können dann nur für Wartungsarbeiten HDMI nochmal an den Bildschirm anschließen. Ansonsten geht das Ganze aber ohne Bildschirm vonstatten. Aktuell ist das bei mir so, dass ich über den Fire TV Stick Musik höre. Und das hat halt immer zur Folge, dass auch der Fernseher an sein muss, damit das Audiosignal vom Fire TV Stick zum Fernseher zur Stereoanlage durchgeschleift werden kann. Der Stromverbrauch ist mir dafür langfristig zu hoch, deshalb möchte ich jetzt auf diese Stromsparlösung ohne Bildschirm setzen. So, ich habe ja gesagt, wir brauchen eine MicroSD-Karte und damit wir die Laufheil kriegen im Raspberry Pi 2, bin ich jetzt hier mal auf der Seite von Raspberry Pi gelandet, beziehungsweise von Raspberry Pi. Also da kann man jetzt Raspberry Pi runterladen aus dem Betriebssystem, aber noch viel wichtiger, da kann man den Raspberry Pi Imager vor Windows runterladen. Da klicke ich gerade einmal drauf und klicke auf Speichern. Gleichzeitig suche ich hier nach OSMC in Bing jetzt in meinem Fall und da gibt es ein Image, dass ich dann auf die SD-Karte flashen kann. Ich gehe hier auf Download, hier wähle ich mir den Raspberry Pi aus, dann springt er mir hier auf die Installation. Hier wähle ich allerdings Disk Images aus und nehme natürlich das Neueste, allerdings hier Vorsicht, man muss sich genau für seinen Raspberry Pi jetzt raussuchen. Ich habe jetzt hier einen Zweier und da klicke ich einfach drauf und klicke auf Speichern. Hier gehe ich jetzt mal auf Downloads anzeigen und hier sehe ich jetzt mein Imager und ja, mein Image natürlich. Das Ding ist per GZ gepackt, da habe ich jetzt also erstmal keinen Spaß mit in Windows, deshalb gehen wir einmal auf 7zip. Auf 7zip.org ist die richtige Seite, laden uns den Zip herunter und können dann die GZ-Datei auch öffnen. So, 7zip ist installiert, ich mache jetzt hier einen Rechtsklick drauf und sage Öffnen mit. Hier klicke ich auf weitere Apps und hier habe ich noch keinen 7zip, deshalb gehe ich hier unten auf andere Apps auf diesem PC suchen. Hier gibt es dann 7zip ganz oben und ich nehme 7zip.fm, steht für File Manager, wenn ich das richtig weiß. Und dann kann ich hier das Image sehen und das kann ich mir hier gerade entpacken. So, jetzt liegt das da, jetzt kann ich hier den Imager ausführen. Den installiere ich einmal und führe den dann aus. Hier klicke ich jetzt auf Choose OS und hier kann ich Use Custom benutzen und kann dann dieses Image hier auswählen. Klicke ich einmal auf Öffnen. Hier bei Choose SD Card nehme ich einfach, ja, ich habe nur eine drin. Das ist meine 8 GB Karte, die ich habe und klicke auf Write. Ich kriege dann die Bestätigung, dass das Ganze abgeschlossen ist und drücke hier nochmal auf Continue. So, wenn wir dann die SD fertig beschrieben haben, sieht das ungefähr so aus. Ich nehme die jetzt mal aus dem Kartenleser raus und stecke die erneut rein. Eigentlich sollten wir hier eine Boot Partition zu sehen bekommen. Also das ist natürlich jetzt wieder Windows in seiner schönsten Form. Links sehe ich die Micro SD als F, rechts ich mit E einen Wechseldatenträger. Das heißt jetzt für uns, wir kommen da erstmal nicht drauf. Ich ziehe nochmal den Kartenleser rein und raus. Und es wird noch besser, wenn ich in die Computerverwaltung, in den Geräte-Manager gehe, dann ist das alles unter G zu finden. Also der Arbeitsplatz, der hat gerade keine Lust. Wir probieren es mal mit G. Wunderbar, funktioniert. Es ist unfassbar. Ja, und hier hat es jetzt auch angezeigt. Ganz klasse. Okay, also das wird wahrscheinlich die Boot Partition sein. Ja, ist es auch. Und ich kann einfach hier eine neue Datei einlegen. Und die nenne ich einmal SSH. Und das war es jetzt auch schon, was wir als Vorbereitung machen müssen auf der SD-Karte. Jetzt können wir die aus dem Kartenleser reinnehmen, in den Raspberry Pi einstecken. Und ja, Strom geben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn man jetzt den Raspberry Pi an den Bildschirm anschließt, kann man über die USB-Ports auch gleich Tastatur und Maus anschließen, damit man die initiale Konfiguration einmal durchführen kann. Zu Beginn wird man begrüßt mit dem OSMC-Screen und der Information, dass das Gerät formatiert wird. Ist das abgeschlossen, können wir im nächsten Schritt unsere Sprache auswählen. Standardmäßig ist Englisch eingestellt. Wir stellen mal jetzt hier oben auf German. All das lässt sich ohne Maus machen. Man kann einfach mit der Tastatur durch die Liste scrollen. Hier bestätigen wir nochmal mit Yes, dass wir auch wirklich Deutsch haben wollen. Im nächsten Schritt wird die Zeitzone ausgewählt. Als erstes müssen wir vorne Europa auswählen und hinten als zweites, ja, unsere Hauptstadt, in dem Fall Berlin. Das kann sie immer mit Enter bestätigen. Und wenn das dann hier alles eingegeben ist, kann man hier nochmal den Namen mit Enter oder beziehungsweise hier unten auf Accept bestätigen. Hier ist jetzt nochmal der Hinweis, dass SSH aktiviert ist. Auch das bestätigen wir mit Accept. Im nächsten Fenster müssen wir mit Continue noch der Lizenz zustimmen. Im nächsten Schritt wählen wir unseren Skin aus. Ich stehe hier auf das klassische Design, deshalb wähle ich das hier aus. Jetzt werden wir gefragt, ob wir einen Newsletter empfangen wollen. Das können wir natürlich mit No Thanks ablehnen. Im nächsten Schritt werden wir darüber informiert, dass die Konfiguration abgeschlossen ist. Und ich kann einfach auf Exit gehen. Und jetzt kommen wir auf den Hauptbildschirm von Cody. Da wir uns mit SSH einmal einloggen müssen, um eine Senderliste runterzuladen, gehen wir in die Einstellungen und klicken hier auf Systeminformationen. Hier steht dann die IP-Adresse des Raspberry Pis. Die brauchen wir später für Putty. Ich habe vorhin Quatsch erzählt. Hier bin ich auf der Seite von Putty. Ich habe gesagt, wir brauchen für SSH Putty. Das stimmt aber gar nicht mehr. Bei Windows 10 ist ja SSH standardmäßig schon dabei. Von daher kann ich mittlerweile einfach die Eingabeaufforderung starten. Gehe mal hier, gebe ich mal hier unten CMD ein. Dann kommt die Eingabeaufforderung. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, SSH, der Zeichen. Dann der Benutzername, mit dem wir uns einloggen. OSMC heißt der im Standard. Dann machen wir ein Add hier hin. Der Server, mit dem wir uns verbinden, ist die IP-Adresse, die wir vorhin herausgefunden haben. Das ist 192.168.0.138. Und das bestätige ich mal mit Enter. Und hier kann ich jetzt einfach mit Yes bestätigen. Und jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt. Im Standard ist das auch einfach OSMC und schon bin ich eingeloggt. Und jetzt wollen wir die Senderliste runterladen, bevor wir in Kodi weitermachen können. Deshalb gebe ich WGET ein. Und den Link zur Senderliste habe ich mir schon mal kopiert gehabt. Das ist dieser Link. Den findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. So, jetzt hat er die Liste runtergeladen. Ich lasse mir das Ganze mal anzeigen. Da habe ich die Kodi M3U. Da kann ich mal reinschauen, wie die aussieht. Und da sehe ich eben die ganzen Sender mit ihren URLs. Ich habe mich mal hier mit dem VNC Viewer auf Kodi eingeloggt, sodass ich das schön aufnehmen kann. Ist jetzt leider ein bisschen verpixelt, aber lesen kann man es trotzdem. Was müssen wir hier jetzt machen? So, dazu gehen wir mal wieder in den normalen Startscreen zurück. Der ist jetzt bei mir komischerweise noch auf Englisch gestellt, obwohl ich ihn auf Deutsch gestellt hatte. Deshalb, falls das bei euch auch sein sollte, kann man glaube ich unter Interface, Regional, die Sprache einmal auf Deutsch wieder stellen. So, und jetzt bin ich mit deutscher Sprache wieder zurück. Und hier gehe ich mal auf Add-ons. So, hier habe ich es gefunden. Ich gehe einmal auf Add-ons. Und hier geht man jetzt auf Benutzer-Add-ons. Und hier gibt es PVR-Clients. Also Add-ons, Benutzer-Add-ons, PVR-Clients. Und hier unten habe ich dann PVR... IPTV Simple Client. Das ist der, den wir wollen. Der muss einfach nur noch aktiviert werden. Der ist schon vorinstalliert. Deshalb werdet ihr den nicht bei den Add-ons zum Installieren finden. So, wir haben den jetzt einmal aktiviert. Und jetzt gehe ich hier auf Konfigurieren. Und hier können wir die M3U-Wiedergabeliste eintragen. Allerdings muss man jetzt hier Lokalabfahrt sagen, weil wir haben die ja lokal runtergeladen. Eventuell kann man natürlich auch den Link nehmen, den ich jetzt vorhin hatte. Ich weiß nur nicht, was dann passiert, wenn der nicht mehr verfügbar ist. Ob das dann noch alles zu unnutzbar ist. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier sagen Home-Ordner. Und da haben wir es nämlich reingeladen. Und da liegt jetzt unsere Kodi M3U. Und dann gehe ich mal auf OK. Dann sagt er mir, ich soll das Ganze neu starten. Oder sagt er auch nicht. Wie auch immer. Wir versuchen es mal. Ich kenne so, dass man das neu starten muss. So, wir gehen zurück. Und gehen jetzt auf der linken Seite hier auf Radio. Und hier auf Kanäle. Genau. Und da ist noch nichts drin. So kenne ich das auch. Ich würde jetzt vorschlagen, einmal Kodi neu zu starten. Und dazu gehe ich hier wieder raus. Gehe auf den An-Aus-Knopf hier. Und sage einmal Neustart. So. Nach dem Neustart gehen wir dann mal hier auf Radio. Und wieder auf Kanäle. Und jetzt sind die ganzen Kanäle drin. Da waren auch die Logos jetzt hier noch schön nachgeladen. Wenn man die Seitenbar aufruft, dann hat man hier noch so ein paar Filteroptionen. Würde ich das mal nennen. Oder wie man es sortieren will. Was jetzt in der Seitenleiste aber noch interessant ist. Ich hole sie mal wieder her. Ist die Kanalgruppe. Da kann ich dann nochmal nach Ländern zum Beispiel filtern. Ich lasse jetzt einfach mal Deutschland eingestellt. Was ich euch jetzt empfehlen würde. Wenn ihr jetzt drin seid in dem Gerät. Dann könnt ihr mal ein paar Favoriten markieren. Und dann könnt ihr das bequem vom Handy aus dann anstarten. Zum Beispiel Antenne Bayern. Da gehe ich mal in die Kontextmenüansicht. Das ist jetzt hier bei mir ein Rechtsklick einfach. Und hier kann ich dann sagen zu Favoriten hinzufügen. Und von daher kann ich die dann relativ gut auf dem Handy wieder abgreifen. Damit wir das Ganze jetzt auch vom Handy nachstellen können. Hier sind die zuletzt Gehörtenkanäle. Aber wir wollen das vom Handy aus machen. Deshalb gehe ich nochmal in die Einstellungen. Und gehe hier auf Dienste. Und hier gibt es den Punkt Steuerung. Und hier muss Steuerung über HTTP erlauben eingeschaltet sein. Und Fernsteuerung durch Anwendung anderer Rechner erlauben muss auch eingeschaltet sein. So nachdem wir jetzt die Fernsteuerung durch Anwendungen anderer Rechner erlaubt haben. Wechseln wir auch mal auf einen anderen Rechner. Nämlich auf unser Smartphone. Hier bin ich jetzt im Google Play Store. Und hier suche ich mal nach Yazzi. Nach der Kodi Remote Control. Die installiere ich auch gleich mal. Und nach der Installation öffne ich die. Jetzt kommt hier so ein Assistent. Den klicken wir mal durch. Er versucht jetzt hier offene Kodi Anwendungen zu finden. Wenn er die findet. Okay. Dann könnt ihr die hier auswählen. Wenn er die nicht findet. Kann man hier auf Skip gehen. Dann wählt hier Kodi aus. Die Adresse haben wir ja. Das ist die 192.168.0.138. Solltet ihr jetzt nur darauf achten. Dass die sich nicht mehr ändert. Das könnt ihr entweder in Raspberry Pi einstellen. Oder einfach in eure Fritzbox im Router. Der Webserver Port. Den sehen wir hier auf der rechten Seite. Der hat die Nummer 80. Das Ganze bestätige ich mal. Klicke hier unten auf Add Host. So. Das hat jetzt funktioniert. Und jetzt haben wir quasi die Kontrolle. Über unser Radio am Handy. Und zwar sehe ich ja hier den Punkt PVR. Also ich hüpfe nochmal zurück. Hier nochmal drauf. Das ist diese Seitenleiste. Und hier gibt es den Punkt PVR. Da klicke ich drauf. Und jetzt bekomme ich Fernsehsender. Die bringen uns ja nichts. Wir wollen ja langfristig das Ding gar nicht mehr angeschlossen haben. An Fernseher. Interessanter sind hier die Radio Channels. Und ja. Da kann ich jetzt einfach durchgehen. Und ich starte jetzt mal hier zum Beispiel Spray Radio Rock. Und wir gucken mal was auf der rechten Seite passiert. Beziehungsweise hier oben drücke ich mal auf Play. Dann startet es auch. Und hier sehe ich jetzt, dass das auch tatsächlich läuft. Ich gehe mal hier zurück. Ja. Und hier oben sehe ich es dann laufen. Ich glaube man kommt da jetzt nicht in ein Bild ran, wo man mehr sieht. Ist ja nur Radio. Ist ja nur Hintergrundmusik. Genau. Also hier oben sehe ich, das läuft. Ich kann hier auch nochmal zurückgehen. Hier habe ich jetzt die Auswahl Play, Guide und Record. Ja. Da muss man hier oben immer nochmal auf Play drücken. Aber dann startet es auch. Hier unten sehe ich dann das, was gerade läuft. Dann kann ich hier dann auch nochmal steuern. Also pausieren zum Beispiel. Und mit Play geht es dann weiter. Was wir vorhin schon als Filter hatten, kann ich hier auch nochmal einstellen. Wenn ich die Filterfunktion nutze, kann ich mir zum Beispiel die Kanäle aus Deutschland filtern. Da das Starten über die Liste ein bisschen umständlich ist, würde ich euch empfehlen, die Favoritenfunktion zu nutzen. Wir haben uns ja vorhin schon ein Sender mal als Favorit markiert. Was ein bisschen schade ist, ich kann jetzt hier keine Favoriten markieren in dieser Channelübersicht in Yatsi. Das ist ein bisschen schade, auch wenn ich lang draufklicke, passiert da nicht wirklich was. Deshalb müssen wir das Ganze quasi bei der Einrichtung einmal machen am Kodi. Und dann können wir die Funktion nutzen. Und das geht so. Wir gehen hier mal zurück und auf der linken Seite können wir hier bei Files auf Favoriten gehen. Und da habe ich Antenne Bayern drin. Falls das bei euch nicht drin steht, klickt hier mal auf diesen Download-Button. Dann synchronisiert er sich mit dem Mediasender. Und hier kann ich dann nämlich genau einfach direkt draufklicken oder hier klicken. Und dann fängt er an abzuspielen. Da kann man sich jetzt also seine fünf Lieblingsradiosender einreihen und kann dann direkt drauf zugreifen. Noch eine Sache zum Schluss, damit auch die Audioausgabe richtig funktioniert, gehen wir nochmal in Kodi. Und hier müssen wir dann nochmal auf die Einstellungen gehen. Und hier auf System. Hier gibt es den Punkt Audio. Hier muss man halt schauen, was man als Ausgabegerät auswählen will. Man kann jetzt hier zum Beispiel HDMI wählen. Das ist der Standard. Analog würde heißen, der Ton geht über den Klinkeranschluss. Und eine von diesen beiden Alza-Quellen würde heißen, der Ton geht dann über die USB-Schnittstelle raus. Das heißt, wenn man eine Soundkarte angeschlossen hat, so wie ich das ja empfohlen hatte über USB, muss man hier also die auch entsprechend auswählen. Ab jetzt könnt ihr Kodi wieder vom Bildschirm trennen, wenn ihr dann eure Favoriten konfiguriert habt. Und ab dann könnt ihr einfach hier über die Yatsi App eure Radioscenter starten. Natürlich freue ich mich auch noch über hilfreiche Kommentare, wie man das ein bisschen eleganter gestalten kann. Und wie man vielleicht auch noch die Funktion nutzen kann, den Guide sich anzeigen zu lassen. Auch das Handling, also der Favoriten, vielleicht hat da der eine oder andere noch eine Idee, die er in die Kommentare schreibt. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Aber für alle anderen Zuschauer lohnt sich auf jeden Fall auch mal ein Blick in die Kommentare, falls da was Sinnvolles stehen sollte. Bis zum nächsten Mal.